Er war eine Clown beim renommierten Zirkusfestival von Monte Carlo, von Monaco, Ehrenmitglied im Magic Circle oder der Titel Schnellster Magier der Welt, das ist alles seins. Mit der Illusion, die er jetzt für uns mitgebracht hat, war er erst kürzlich bei der Kult-Talkerin schlechthin, bei Ellen DeGeneres und jetzt ist er eben bei uns zu Gast. Hans Klöck. 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 security. Hal Tats dealt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Tausend Dank an Hans Klopp. Madonna hat gesungen If I could melt your heart, wenn ich dein Herz schmelzen könnte. Hans, das kannst du. Du bringst uns...